Aber ihr kennt ja den Kontext von Eagle und Sonic. Nö, nicht unbedingt. Er hat ja bloß gesagt, dass das nicht sein richtiger Name ist. Warum du diesen Namen geraten hast, weiß er ja vielleicht gar nicht, aber wahrscheinlich schon. Ach, diese Tische. Fuck. Alter, ey. Eins, der so fährt, könnte Alexei sein, aber ähm. Der Einzige, der so fährt, so gut fahren kann von dem Trupp hier. Und Hüscher fährt LM. Ja, gucken wir mal, ob Alex on ist. Ja, ich denke ja, ne. Muss ich mich heute echt anstrengen, ey. Das kann ich ja auch noch. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Und der hat Fehler gemacht. Und ne, ich hätte ich doch... Und du drückst heute auch auf Aufnahme, okay? Ich habe einen der Crashs genutzt, das schon mal während des Rennens zu machen. Ja, ich glaube, ich werde mal was probieren. Oh, ich habe die beste Rundenzeit. Ihr Loser. Gut, ich war vielleicht eine Minute hinter euch, aber... Gucken wir mal, ob die Aufnahme durchläuft, ja. Ach, schon wieder die Strecke. Was denn hier, hier geht's los? Äh... Nein, es ist rückwärts. Es ist rückwärts, ruf, 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 ruf. Es ist rückwärts. Egel im All. Fehlt noch ein Element in der Liste. Ah. Egel im All. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe zwei Runden die andere Richtung geübt, gerade eben. Nee, vier Runden, zwei Rennen. Schilder erwischt, Schilder erwischt. Ui, ui, ui. Dies ist die letzte Runde. Schilder erwischt, Schilder erwischt. Heck ausgebrochen, Alter. Ja, ich bin auch sehr komisch rumgekommen. Man bräuchte Semi-Aben manuell oder sowas. In Nice geht das. Du hast zwar Automatik-Schaltung, aber du kannst halt trotzdem sagen, ich will es aber jetzt hochschalten oder jetzt runterschalten. Huch, was bremst ich denn hier? Ach, egal. Ja gut, wenn du gewinnst, ist das noch akzeptabel. Ich habe dir auch schon, zählte das, das erste Rennen gewonnen, was ich alleine gefahren bin? Zählte das? Ach, man merkt nicht, dass du alleine gefahren bist. Hätte ich es mal nicht gesagt, so ein Scheiß. Fuck, ey. Du hast das Rennen gewonnen. Kiegel im All. Das nimmt... Naja, gut. Immerhin, zweimal Zweiter, so. Ja, ist schade, dass das nicht richtig gezählt wird in dem... Ist schon cool, wenn es so ein Punktesystem gäbe. Und nicht einfach nur Anzahl Siege, das ist nicht so richtig interessant. Kann man kein Turnier starten? Ja, so. Achso, in Multiplayer meinst du? Nee, nicht, ich kann es nicht erstellen. Dass der Server sagen kann, jetzt wird ein Turnier gefahren. Nee, Knockout gibt es, wo dann quasi immer der Letzte an der Ende der Runde rausfliegt, aber... Das wäre dann auch... Muss man halt ziemlich lange warten, dann, wenn man ein Spiel rausfliegt. Was dann nicht so motiviert ist, sollte auf dem Server bleiben. Oh, mehr LM's. Bishop, ob noch irgendwer, der nicht gesehen hat, noch da. terroristische LLC darauf razie, wenn man ein paar kmニächen intestine Stasuult und was an Journey could recommend. Meteor in erlinkend. Mähte code ne lennen. Oder wenn man Feiko aussah, dieses könnte neue Laschet-Av vez fuckin sein. Genau, das ist für crowden,ально, Flynn... Danke. Danke, danke! Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke, grams pause. Meine danke. Ah, ich will aber auch immer zu viel in dieser Kurve. Ich will auch zu viel. Du aber auch. Scheiße. Ja, Bishop ist vorher schon abgeflogen gewesen, deswegen ist er jetzt wieder rein. Kann doch nicht wahr sein hier. Alter. Ich glaube, das siehst du in der Aufnahme irgendwann mal. Kommt hier noch so ein Igel an. Schon, alter, schon wieder. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Plan A war immer zweiter zu werden Plan B heißt erster Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schicke eine Rolle Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist noch ein drittes Auto, ich höre es. Das bin ich, das bin ich. Das bin ich, das bin ich. Das bin ich, das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Na, weiter. Ich werde meinen Plan A wiederverfolgen. Immerhin habe ich bis jetzt nie Plätze verloren, muss ich zugeben. Das war auch ganz schön, äh... Na, wer ist das? Hinten dran. Wer? Na, du. Ja, beim Ende verloren. Aber ich habe gesehen, wie im Wald einer versucht hat, zwischen den Bäumen durchzufahren, was aber nicht geklappt hat. Was auch für die BAM-Theorie sprechen würde. Irgendwann klappt's. Irgendwann. Wenn nicht jetzt, dann woanders. Woanders oder wann anders? Wie auch immer, ich kann beim Fahren nicht gut denken. Du fährst grad gar nicht. Oh. Irgendeiner Flicksech raus, kann das sein? Ja, kann sein. Ich gebe schon mal Gas. Ja, alles gut. Kurios. Look auf. Ich fliege nur ungünstig gerade. Ich fliege nur ungünstig gerade. Nach oben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, Mäht ja schon wieder zurück. Ausgezeichnet. Oh, Mäht ja schon wieder. Oh, Mäht ja schon wieder zurück. 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 Oh, Mäht. 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 Oh. 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 Oh, Mäht ja schon wieder zurück. Oh, Mäht. Oh, Mäht. Oh, Mäht. Oh, Mäht. Oh, Mäht. Oh. Oh, Mäht. Oh. 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 Oh, Mäht. Oh, Mäht. Oh. Oh, Mäht. Oh, Mäht. Oh. 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 Oh, Mäht hat ja vorher 7 von 8 geschrieben gehabt. Mit wem? Silent Fox. Wer ist das? Was weiß ich. Aber ich kenne ihn auch. Kann sein, dass es ist. Ich weiß es nicht. Ja, ich kenne ihn nicht, sage ich, zum ersten Mal hier den Namen. Er hat nur gerade im HP2-Channel geschrieben, deswegen. Ah, okay. Aber ich glaube nicht, nee, dann glaube ich nicht, dass er fährt. Moment, Moment, was haben wir? Cross and Park ist rückwärts gespiegelt? Nein, 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 ist nicht rückwärts. Nein, 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 nein. Das ist bestimmt vorwärts. Nein, ist rückwärts gespiegelt. Äh, rückwärts gespiegelt. Wenigstens gespiegelt. Ja, wenigstens etwas mehr Anspannung jetzt. Also ein Ping ist wirklich aus der Hölle. Ja, der Grüne ist ganz schön gehüpft, ja. Aber jetzt fährt er gut. Warte? Ja. Kurz strategisch nach hinten fallen lassen, um danach die besten Streckenbedingungen in der zweiten Runde zu haben. Und um gucken zu können, was Meteor für eine Scheiße baut. Ah, was ich für eine Scheiße baut. Nein. Wichtigste Kurve hier im Spiel. Start und Ziel. naja alle irgendwie also nicht alle aber wichtigsten ja die ja weil wir gerade muss so gut rauskommen warum nur warum ach ja gut dass wir es noch ein zweites mal fahren alter letzter wo ist eigentlich jakta ach da ist er naja ich hab den armen knapp nach der letzten kurve noch überholt ja die zweite runde war ja wohl ganz okay bei dir ja wie gesagt start uns hier habe ich verhauen wenn ich nicht gut rausgekommen hat mich also sogar überholt ich war quasi der letzte runde zweiter muss ich mir vorstellen ich kann passieren hinter mädchen du musst mehr vorne fahren ist weniger gewusel jaja das und irgendwo noch ein stück konzentration auftreiben nach vier wochen urlaub waren keine vier wochen ich bin halt direkt am samstag losgefahren das war vielleicht schon ein fehler naja kein fehler dadurch hatte ich halt eben wochenende mehr urlaub aber dann hat er gleich den samstag kennen verpasst aber dann hat er gleich den samstag kennen verpasst der hup da 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 Ein schöner Drift, den ich hier nicht gebrauchen kann. Und guck dir die Abstand an, Alter, was ist das, wo du an der Fahrt? Hm, zwei Rennen nacheinander vorletzter. Möchtest du das wiederholen? Ah, vielleicht lieber doch nicht. Oh. Es ist wieder irgendwas eingefroren. Och Mensch, warum? Aber das Coole ist auf dem... Es gibt zwei, die sind ja wieder eingefroren. Auf dem Zweitbildschirm mit OBS sehe ich noch, wo es lang geht. Hä? Fährt einen Meter weiter und friert dann wieder einen? Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt geht's. Drei Mal, was war denn das? Immerhin letzt... Hör mal, ich sehe ein Nummernschild von dir. Koloriert bei Kirsche, ne? Ja. Interessant. Interessant. Ja. Steht bei dir auch drauf. Ja, aber eine Farbe auswählen aus dem Pott, ja super. Ist das einfach, ne? Nein, ist nicht einfach. Ich meine, wenn es nur der Punkt auf der Karte wäre, das ist einfach. Aber das ganze Auto in der Farbe einzuführen... Du willst ja nicht, dass die Rückspiegel auch grün oder lila oder was auch immer sind. Du musst schon die richtigen Stellen anmalen. Warte, ist das die gleiche Strecke? Ne, ja, rückwärts gespiegelt. Kurios. Kurios. Kuriosum. Hab ich nicht gerade gesagt? Ich wollte das nicht nochmal? Naja, dann kann ich ja... Haben wir nicht schon zweimal? Ja, ja, ja. Das ist das dritte Mal. Jetzt kommen noch zweimal. Ach Gott. Achso, dieses ist noch eins. Wegen dir. Ja? Wahrscheinlich nicht. Naja, das glaube ich nicht. Aber wenigstens kein Neustart. Schon mal viel wert. Aber ich habe mir heute mal einen neuen Speicher gekauft. Einfach zum testen, ob es äh... Daran liegt, was ich nicht glaube. Aber ich dachte mir... Äh, hätte ich dir helfen können. Wir müssen nachher mal reden, was für ein Speicher... Ja, einfach den gleichen genommen, den ich schon drin hatte. Okay, na gut, okay. Ähm... Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Äh, die Speichertests sagen ja auch alle, alles ist gut. Nur, falls es daran liegt, dann... Wer weiß, ne? Und wenn nicht, dann habe ich danach mehr Speicher, was ich mir sowieso mal überlegt hatte. So gesehen war das jetzt nichts von mir anders verlieren konnte. Und was ich halt eigentlich glaube, ist, dass nochmal die Grafikkarte oder das Mainboard tauschen sollte. Ja. Aber das halt eben noch nicht mehr so einfach, äh... Ja. 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 Ich kann auch nicht crashfrei hier rum, ne? Ich muss einfach mal ein bisschen weiter weg von den Wänden bleiben, aber... Ich bin auch ganz stolz auf mich, also Wahnsinn, ey. Weswegen? Jetzt hab ich auch Glück gehabt. Oh, der Erster. Oh, nicht letzter oder vorletzter. Bist du vorletzter? Nein, aber davor war ich vorletzter und danach war ich letzter. Jetzt bin ich vierter, also nicht letzter oder vorletzter. Hm? Du, weil du Angst hattest, hast du CLK genommen heute Morgen, oder was? Die ganze Zeit, ich fahre die ganze Zeit CLK hier. Oh, da musst du mal meinen LM nehmen. Nö, rückwärts ist CLK. Ja, seh, das seh ich, dass du hier bist. Wirklich nur in jeder Runde. Wirklich in jeder. Achso, und nach dem Einbau des neuen Speichers hatte ich halt sofort drei Neustarts. Also, relativ kurzer Zeit. Äh, okay. Also hat nix gebracht. Danach habe ich, äh, die neuen Speicher in die anderen Sockel gesteckt. Ja. Bisher, aber noch nicht viel getestet. Ja, muss man nachher mein Datenblätter geben. Jetzt reden wir bitte wieder übers Rennen. Brumm. Äh, hab keinen Datenblätter. Ich würde mich trotzdem mal angucken, die, äh, Dinger, die du gekauft hast. Link hätte ich. Nein, das ist das Ding. Einatmen. Nein, das ist das Ding. Neum. Das ist das Ding. Wirklich in den understands den Kaufen und den eigenen Aufwand. Wirklich in den Kaufen. Auch Leute haben hier. Wirklich in den Kauf nachsitzenden. Das Hupen ist irgendwie lästig. Habe ich aber auch gehört. Entweder, ja es muss Bishop gewesen sein, oder? Aber Idle ist vor mir noch. Das Hupen ist irgendwie lästig. 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 Ach, und wieder vorletzter. Ich krieg hier aber auch nix hin, ey. Vierter war mein bester Platz. Blöd. Na gut. Blöd, blöd, blöd. Hast du da noch den vorgelassen in der letzten Kurve? Ne, ne, vorher schon. In der ersten Runde, glaube ich. Das ist auch Point-to-Point. Lass mich lügen. Moment, guck mal. Nein. Das ist... Wine Country. Oh Gott, Wine Country. Oh, auch Wine Country. Ja, 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 ja. Schlimme Strecke. No, das kann man so nicht sagen. Nein, meine ich auch nicht. Aber eine Umdrehung abwarten, bis ich weiß, ob es Point-to-Points ist oder nicht. Ja, aber kann auch nachgucken, einfach welche Strecke es ist. Das habe ich jetzt gemacht. Es ist alles okay. Okay, fahr du mal, erst mal. Los geht das. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht andersrum, ne? Äh... So, so und so. Ach, jetzt fährt BEM mit, aber... Ne, ist gegangen. Ah, da ist er wieder. Und, äh, statt da passt. Und jetzt ist Jadgar weg. Also auch wieder keine 8 von 8. Oh. Oh, 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 oh. Hm, jetzt hat es geistig die grüne Farbe geschnappt. Oh, knapp. Das ist genau wie gerade. Bishop und du fahren vorne rum, Sky und ich dahinter. Und nachher querscht ihr dann wieder beide. Okay. Ja, bin dabei, bin dabei, bin dabei. Scheiße. Ist reingekommen, ist schon nicht schlecht. Ja. Ah, fuck ey. Oh. Da war ne Säule wieder. Ja, die sind hier überall. Ah, der ist halt komplett hier, ich bin verhauen, Alter. Ohohohohohohoho. Ich bin so ne Tröckel. Ich auch. Ah. So, wieder Fehler. Fetter Fehler. Wo kommen die alle her jetzt? Ja, wo kommen die her? Die auch? Ja. Aber leider fährt der Shop da vorne ganz entspannt und allein in der Gegend rum. Ja, heute ja. Keiner der Druck auf ihn ausübt. Das wird so nix. Ich hab Druck auf die Wand ausgeübt. Aber du wusstest, dass ich hinter mir bin, ne? Ja, irgendwer ist immer irgendwo. So. Das ist Angst. Äh, einfach Angst, hast du gesehen? Wie, du hast Angst? Ja, wie ich gebremst habe. Hättest du mal lieber nicht machen sollen. Nein. Nein. Ciao. Ich fahr nur so wenig. So. Ich fahr nur so wenig. Wie heißt das, Kam? Äh. Ja. bischof hat eine scheiß top speed dessen ziel rollt weiß dass ich überall war mit brauchst du ein ventilator schon da dann brauchst du für die geschichte toren für die geschichte jetzt für den stream wir haben hier über 30 grad im zimmer das klingt suboptimal ja hoffentlich ist ja bald vorbei hoffentlich ich war diese woche krank zu hause hat sich auch nicht gut an naja hat hat brücken gehabt du bist weiter ja das kann richtig nervig sein das ist gut dass ihr euch immer die rennen wegnimmt die gewonnenen ist doch schön so aber jetzt hier mal kenne ich doch irgendwo hier beim stadt rückwärts klingt nach 50 jederzeit aber nicht mit dir so fährt nicht schlecht auf der strecke wenn hat sonst keiner in der clk nimmt ach jetzt sind wir ja nur sieben oder wenn beim wegen rückwärts mitfällt nur sechs schnitzel 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 Das war's für heute. Ich konnte mich grad nicht entscheiden, ob ich innerhalb der Palmen lang oder außen lang wollte. Also einfach frontal auf so'n kleinen Palmenstummel draufgefahren. Das macht der, was tut tut. Wollte du mal erwähnt haben. Wer macht was? Das macht der, was tut tut. Wer oder was macht tut tut. Wer oder was macht tut. Wer oder was macht tut. Okay. Und er auch. Das kann nicht wahr sein. Ihr querscht euch da gegenseitig um die Wette. Ja, opa, alter. Wenn man jetzt das wegschmeißt, ist es mal wieder hier. Also, nee. Ja, opa. 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 Sein Renn heute. Das ist jetzt sein Renn wieder. Ja, opa. 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 Ich weiß es. Ja, opa. Ja, opa. Ich weiß es. Ja, opa. Ja, opa. Schon ne moderne Oldtimer. Ja, schon wieder. Schon wieder die Strecke, oder was? Ne, 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 das war ja gerade das erste Rennen erst. Echt? Ja. Es dauert nur so lange. Achso, okay. Warte mal, da müssen wir ja wieder was wählen. Mensch, uns Kinder. Äh, alles gut, alles gut. Oh, darn. Oh, darn. Oh, darn. Erstmal kurz die ganz langsam überholen. Jetzt einfach nur noch kurz erst da bleiben bis zum Ende, dann ist doch alles gut. Kann ja gar nicht so schwierig sein. Auch mal, TRT- Karen. jetzt nicht fiery. Ein Legal Wurst. Untertitelung. BR 2018 Einmal kurz drehen, dass die wieder rankommen können. Einmal kurz einen komplett unnötigen Crash, damit Soul davonfahren kann. Einmal kurz drehen, dass die wieder rankommen können. Das Heck wollte mich gerade überholen. Du hast halt nie langsamer fahren als das Heck. Wenn der Heck das eilig hat, dann macht es sowas. Einmal kurz drehen. Einmal kurz drehen. Machen wir bitte alles nach. Ich habe zumindest auch mal gerade einen guten Drift hingelegt. Das hier ist auch nicht die optimale Linie, aber so kann man auch rausfahren, denke ich. Das gefällt mir jetzt etwas mehr, ja. Aber ich bin da für echt cool rausgekommen. Die 90 Grad rechts Ausgangskurve habe ich mit einer 270 Grad links Drehung gelöst. Also einmal dreiviertel rum nach links, statt einmal viertel rum nach rechts. Ja, warum nicht? Kann man machen. Ah, okay. Ja, das hier ist, sagte ich mir. Na gut. Du bist's weiter. Äh, wie oft denn noch? Hm. Ist das Spiel kaputt wieder? Ja, das ist jetzt backwards, ist die gleiche Richtung, gleich ist alles. Das ist jetzt das dritte Rennen. Uaaah, das hat wohl schon mal. Na gut. KID KID Untertitelung des ZDF, 2020 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 Leg dich bei der Kurve nicht mit dem ZLK an, ey. Untertitelung des ZDF, 2020 So, mal gucken, ob es danach was anderes gibt. So, mal gucken, ob es danach was. So, mal gucken, ob es danach was. Uiuiui, aber langsam. So, mal gucken. 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 Mal gucken. So, 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 mal gucken. Wir hätten acht sein können. Wir hätten acht sein können. Das Grund für ein Driften ist, dass man die Bremse nicht belasten muss. Und keiner kommt mit ohne Bremse rum. Und Reifen, die wird ja nicht gemodelt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na gut. Da hast du aber noch mal Glück gehabt. Ich sehe diese Frage nicht. Das war keine Frage. Das hat sich so angehört. Nein, nein, das war eine Aussage, dass du da noch mal Glück gehabt hast. Ich habe es aber so verstanden wie eine Frage. Ich wollte dich gerade brutal überholen, als das Auto meinte, nein, lieber nicht. War der Plan zumindest. Das mit dem brutal überholen. Sorry, du hast keine Chance gehabt. Ich habe doch gesehen, du hast dich garantiert verschaltet. Mit dem Automatik. Automatik. Die Schaltung war ganz gut. Du bist Zweiter. Flutscht so. So, jetzt sind wir jetzt acht. Ne, ist rückwärts. Sprich, Ben wird wieder nicht mitfahren. Oder ist auch gar nicht mehr da. Ja, nur noch eingeloggt. Aha. Wir haben so ein Archivband freischalten. Oh, wir sind da oft. Ja, nicht mehr. Das ist aber super dadurch, ey. Ja, vom letzten kurz auf den ersten. Und diesmal ohne Drift hier durch. Darf ja mit Bremsen. Da muss ja Bremsen. Ne, ich muss ja mit auch Bremsen. Ja, ich Bremse ja normalerweise immer, das letzte Mal, weil es kam halt nur schon... Ich kann nicht mehr sprechen. Ich kam halt nur schon in den Drifter rein, da hätten Bremsen nicht geholfen. Ich muss aber auch immer... immer die Wand berühren. Ja, es ist einfach nur eine Kurve. Mehr ist das nicht. Ja, aber du musst ja nur einen Winkel halten, ne? Man will sie halt eng fahren. Und dann berührst du innen die Wand, danach logischerweise außen die Wand und ja. Das hilft halt auch. Oh oh, ich halte gerade. Was für ein Schwung du verlierst, wenn ich da falsch schalte, ey. Boah, alter! Der Schwung war nochmal scheiße, ey. Ach, das hätte man gewinnen können, aber man musste natürlich... Egal, viele kleine Federchen macht ja nix. Kein Schlimmer dabei. Wir müssen ja üben. Zweimal in der Woche. Ist jetzt deine Aufgabe. Pff, ich übe einmal in der Woche. Samstag, 20.30 Uhr. Du bists weiter! auto crossing wieder was mit punkte punkte dann warte ich jetzt aber ich war jetzt wieder das letztes kommt erstmal dass man durch die scheiße ich möchte euch chancen geben doch wieder acht hält sich gerade angegangen und wieder rein ja so ist das oder hat gewartet der fox wir sind schneller dann beim 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 es gesetzt ende wieder mal risiko 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 ok am besten solltest du immer nur das risiko eingehen wenn es schief geht das würde mir am meisten helfen so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020